Sooo, I have started the record. Darf man auch... Drohne, da hatten wir noch gar nicht hingab. Stimmt, also nehm ich die auch. Drohne! Nach meinem letzten Ausraster mit 69, 23 bin ich mal gespannt ob ich das... ...irgendwann noch mal auf New China krieg. Nehmst du schon auf? Ja. Oh. Ist doch egal, knabber weiter. Okay. Wenn ich noch was hier hätte zum Knabbern, würde ich das nämlich jetzt auch tun. Ich hab noch ein paar. Ja gut, die Frage ist ob ich jetzt Lust habe bis nach Pusse Muckel zu fahren um... ...um mir was zu knabbern zu kaufen oder zu holen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Bock habe mit dem Zug zu fahren oder so. Definitiv nicht. Die PDW geht ja übertrieben ab, mit der hab ich auch diesen Ultrascore gerissen. Ja. Tifa Dschungel. Tifa Dschungel. Ach doch, die hab ich schon mal gezockt. Ich zock aber mit dem Vektor. Ja. Ah, jetzt hast... Ah, das ist ja geil mit der... mit der wenn der Vf geändert ist. Auf einmal gehe ich so schnell, Junge, das ist so richtig geil. Ja. Ja. Echt nicht. Ich schon. Übertrieben merkst du nicht... Merkst du nicht, wie deine Waffe auf einmal länger wird? Oder länger geworden ist? Oder länger geworden ist? Und ich gehe... Warte, was? Wo? Ich hab ne Ausrede. Du kannst immer noch an der Sichtweite schieben. Oh, ich hasse diese Map jetzt schon. Ich muss pissen. Das ist natürlich nicht so toll. Irgendwie... Das ist so viel geil da. Ich zock... Ah, mein Arm juckt. Aua, aua, aua. Da kann man nicht rein. Ach Gott. Man. Dann mach ich hier grad Spawn Trapping oder what? So das Gefühl hab ich auch. Ne, die spawnen alle bei mir. Oh, das ist scheiß. Ich finde egal, du kriegst ja Drogenassist, wa? Das ist geil, ja, ja. Dafür, dass man dafür Punkte kriegt, ist gut. Soll ich mich verarschen. Okay, das ist mit der Pfoff. Das ist geil. Ja, auf jeden Fall. Jetzt zocke ich das auch. Jetzt zocke ich auf jeden Fall immer so. Das macht auf jeden Fall hundertmal mehr Bock. Schön, dass die Braworm. Ja, ne? Oh, ich muss immer noch passen. Was? Ich nach dieser Runde. Muss ich ganz kurz weg. Ah, ja. Fuck die Henne an, Alter. Diese scheiß Angriffsdrohne-Ding da. Immer die arme Henne. Oh, die Türen ringen mich grad schon auf. Bats! Jetzt! Jetzt hau ich rein! Ah, ich liebe das mit diesem Pfoff, ne? Ja. Das ist, ich liebe das. Ich lieb mal auch, dass das schon im Battle, aber das auch im Battlefield schon gemacht. Da hab ich das nämlich auch auf 90 gehauen. Kann man das da einstellen? Ja. Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Hat die was gewonnen? Alter. Bats! Hellstorm-Rakete. Ach, Mist. Der hat mich erwischt. Ah, toll. Bäm. Verteidiger ausgeschaltet. Ach, mit dem Auto. Wie geil. Dafür hab ich noch 125 Punkte gekriegt. Wie geht's denn? Hahaha. Ich hab doch einmal mit dem Auto getötet. Geiler Scheiß. Alter! Irgendjemand in C an. Was? Ach, das ist vorhin die PC. Das ist nice. Ah, cool. Drohne. Das ist geiler Scheiß. Die kommen nach C. Ja. Ist mir egal. Deswegen geh ich noch zu A. Happy. Happy Hippo. Happy Hippo. Happy Hippo. Oh, fuck. Elvito legen die sicherlich immer hin. Weiß ich nicht. Die sind noch schlimmer als bei MV3. Scheiße, Mann. Boah, die ist scheiß Roboter. Was für Roboter. Die in der Mitte unten stehen. In dem großen Haus. Ach, keinen Bock mehr. Das wird mir zu blöd. Mann. Hääääh. Ey, ist schon... gleich vorbei. Ja, die erste Runde. Das wird ja immer in zwei aufgeteilt. Warte, das leckt. Hat geleckt. 7, 8. Willst du mich verarschen? Mehr hatte ich nicht. Ich schon. Ich bin kein der Gegner. So geland dran. Wie stehe ich denn? 17, 6. Hacker. Hm? Hacker. Ich weiß. Kann aber nix dafür. Lass doch alle den Hexter-Core melden. Ah. Das bringt's auch. Ich bin ja auch auf jeden Fall besser als manch anderer. Scheiß Typ auf sich. Alter, is this. Ja. Egal ich könnte... Weißt du was schon? Natürlich. Ich hab ihn nicht gekriegt. Ich hab ihn einen gekriegt. Einen. Boah, die ist so geil, die Waffe. Was? Die Vector? Oh Gott. Das ist nicht gut. Beim Gegner. Mal gucken, was für eine Waffe du hast. Ah, Mann. Ich spiel mit der PDB. Ich find die voll geil. Die ist mega Hammer. Und die Teil 25 zock ich. Die mach ich ganz ehrlich nicht. Ich schon. Ah, okay. Aber das ist noch machbar. Au. Ganz ehrlich. Welchen interessiert's? Den, der da grad gestorben ist. Ich kümmere mich hauptsächlich um A. Boah, Alter. Dieser Mr. Hangover. Der regt mich grad so auf. Locker bleiben. Der Niko hat heute... Ich hab ja auch schon mal Niko gezockt. Der ist aus und Weise mal nicht ausgerastet, der Junge. Boah, du hässlicher Camper, ey. Der ist auf jeden Fall besser als bei den ersten Runden. Das ist auch schwer. Das ist nicht so schlecht. Alter, da haben zwei Gegner, wa? Was mach ich? Kick einen. Nicht schlecht. Respekt. Nee, das ist mir da zu blöd, wo du sitzt. Wieso? Weil der eben auf der anderen Seite einer ist. Mann! Obwohl, da snipen sie schon wieder, oder was? Ah, okay. Das ist ein Never-Hit-O-Ali. Der ist einfach... Ich hab immer ne Drohne. Wer? Ich? Nein. Ich hab keine. Ey, widerlich. Du kannst keine Flaggen einnehmen. Wohin? Wohin? Äh, ich... Oh, WTF? Das hat kurz gehört. Toll. Das... Alter, wo ist denn der jetzt hin? Alter! Boah! Ich hab den in seinen Arsch... Blenderer. Feindliche Drohne näher sich. Was? Was ruckelt er sich denn durch die Gegend? Level abendlich. Guck mal, auf mein Level. Du bezockst ja auch schon öfters. Was? Ich hab insgesamt 6 Stunden. Ja, bin ich. Keine Ahnung. 3 Stunden. Das ist doch schon... Das ist die Hälfte von mir. Welches Level bin ich? 20 und du bist 34, siehst du. Töte mich. Komm her, das war ne Bestrafung. Alter. Boah, Alter. Waaah! Das ist jetzt aber ganz komisch. Ah, hier hat geiert irgendwo einen da rum. Hast du ihn? Ja, hast du. Irgendjemand hat mir den weggeschnappt. So ist vorbei. Ah, scheiße. 17, 16. Okay, wenigstens positiv geworden. 25, 16. Loll. Guck mal, der auf dem Boden lag. Der da grad tot war. Diesen hier. Genau den hab ich voll nicht killen. Was spielt der denn da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gerade verloren. Das Problem ist ja, reicht es nicht, wenn du Kills ohne Ende machst. Ne. Ich mein, merkt man ja, wir haben... Ich hab die gleichen Sets wie der erste von denen. Du wolltest auf Klo, ne? Ja. Moment. Ich will die aber... Ja komm her, hau rein. Ich... Ich hau jetzt ein fair... Fairnengladung rein. Lass ihn kurz rausgehen, dann kann ich ihn kurz bitten. Party mitnehmen, dann beende ich es kurz. Bis gleich. Jep.